hallo youtube schön dass ihr da seid zu einer weiteren folge adventskalender 2021 törchen nummer eins nein zwei wir sind ja schon beim zweiten dezember und da machen wir törchen zwei auf in unserem fall ist es aber eine tüte richtig mit ihr das schluck auf bist er aufgeregt warum nicht ein bisschen ja in erster linie möchten wir uns jetzt als erstes mal bei euch entschuldigen dass das video von gestern nicht da war zur veröffentlichung also sollte eigentlich da sein um 8 uhr bei euch allen dass ihr sehen könnt leider hat da was mit dem hochladen nicht geklappt wir haben es jetzt noch mal neu gestartet und dementsprechend ja ist es jetzt so wie immer wie letztes jahr auch ist es so dass wir vorab vor dieser folge natürlich das ganze ein tag vorher mal aufnehmen damit für euch auch am tag des törchens da ist so jetzt machen wir aber weiter luca ist wieder mit dabei ihr seht schon hier ein bisschen reif gleich geht es in die falle und in die falle geht es gleich so unter den luca läuft jetzt mal rüber und wird das zweite tütchen ja hast du schon ganzen tag geguckt was dann machen wir rein ja also wir bauen ja wie ihr wisst seit gestern unseren porsche diesel junior 108 im easy klick system zusammen und oben der ist wirklich schnell gewesen hat bestimmt jetzt den ganzen tag geguckt wo ist die zwei so dann machen wir das mal legen wir das mal wieder gehen achtung du musst wieder ein stück einmal rum drauf hier auf das bein einmal rum gedreht so da sind wir genau hat es noch mal hin und hier ist auch schon das tütchen die zwei da ist nicht viel drin nur eine zwei zwei teile sind da drin glaube ich dann müssen wir jetzt mal gucken wie es funktioniert wir machen es wieder wie gestern leider liegt die kamera noch nicht da wir machen euch wieder die kamera unten an dann habt ihr sie hier in ecke hallo 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 so da sind wir drehen das mal in unsere richtung mal luca wir sind heute im partner look so das heftig mal hier bitte hin so weil das brauchen wir ja jetzt gleich guck mal wir sind heute im partner look wir haben beide die gleiche farbe an so und dann gucken wir doch mal wo wir jetzt weitermachen müssen jetzt sagte die regie gerade aus dem hintergrund da sind zwei zu viel ich glaube zwei teile zu viel meint sie ich habe keine ahnung aber ich gehe mal davon aus so war es gemeint das sagt die regie im hintergrund ich sehe gerade das video ist da es hat wohl diesmal geklappt jetzt müssen wir mal gucken das was auch ganz schnell richtig in die playlist einsortieren ähm wo ist es denn da ja das ist zwar das video aber das ist nicht das richtige mein hase ähm meine videos da müssen wir mal schnell hin machen wir das mal eben nebenbei ja weil ganz beiläufig und hier schlagen mal auf so ähm tüte ein daumen nach oben genau ihr wisst ihr kennt es ja daumen nach oben lasst gerne einen kommentar da ähm lasst gerne ein denn abo da und aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst so tüte zwei fertig an die seite damit so wo ist unser teil da da ist es so wir stellen es jetzt mal jetzt ja wir haben den kleber schon da jetzt gucken wir mal dass wir das hier an die seite legen ja die brauchen wir auch gleich ganz bestimmt jetzt warten ja hol sie dir schon mal genau nächste hier hin wir machen weiter soo da waren wir heute sind wir hier bei der 2 richtig? ja gut so jetzt müssen wir aber echt aufpassen weil ich noch nicht weiß was wir hier alles abknipsen müssen ähm so hier müssen wir erstmal eben schnell den titel ändern weil das gibt gar nicht in der beschreibung werde ich euch unten natürlich wie immer in die video beschreibung packen ähm damit ihr es seht und ja ich freue mich auf eure kommentare auf eure abos und so weiter ähm ja das wird ganz lustig so Luca dann gucken wir doch mal da ist das was wir brauchen das gleich und hier sind die teile die wir jetzt brauchen so ähm das kleine hier das macht der papa und du kannst hier das mal abknipsen ok andersrum andersrum genau nicht dass du mir gleich hier noch den finger abknipst so guck mal können wir das ein bisschen nach hier machen langsam super das war Nummer 1 ab in die Mülltonne damit da ist Nummer 2 äh Moment hier hin papa muss spiegelverkehrt denken das fällt dir manchmal ein bisschen schwer super in die hand ja Müll weg so das war Teil Nummer 1 jetzt brauchen wir Teil Nummer 1 müssen wir jetzt einsetzen ja Teil Nummer 1 von Tüchen und oder Tütchen ne 2 müssen wir jetzt hier einsetzen jetzt müsstest du mich mal gucken lassen dass ich das da auch richtig rein mache und du passt bitte auf und leg das bitte hin das ist kein Spielzeug mein Hase so das muss jetzt da rein also ich versuch's wie immer ihr seht die Teile sind echt klein ne so ihr seht's die sind echt mickrig hä ich hoffe ich krieg's jetzt rein Luca liegen lassen bitte bitte ok na das will nicht rein ha 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 probieren wir es mal andersrum ne aber das ist so rum da bauen wir den Kleber ne doch mhm doch doch hoch nein doch hoch mhm doch hoch hab ich recht? hat er recht? brauchen wir den Kleber? was meint ihr? was meint ihr? lasst mal euer Kommentar da ja wir uns das freuen ja super ja so alles warte alles warte alles sein Kleber so ja glaube ich auch dass wir keinen Kleber brauchen na Papa hat's jetzt wieder aus bald aber alle Leute will mit lebe meinste ja so aber jetzt muss das noch rein Leute ja ich hab's ja einmal auseinander gemacht aber aber das steht nicht so zack 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 rin so das haben wir doch schon mal guck mal super so da oben ist das Teil drin jetzt hier da ne das ist jetzt drin das war das erste und jetzt wird's lustig jetzt kommt hier der auspuff dran jetzt muss man halt nur gucken dass wir's auch richtig machen das muss da dann soll ich jetzt sagen der hier muss ab ne den kann ich so ja momentan geht's so Luca und der muss auch ab so wunderbar so wo kommt denn das dran das kommt jetzt da dann so auf der seite kommt das jetzt hier dran hoppala 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 nee falsch es kommt auf der seite dran ha und zwar wieso ich ich bin ne wir brauchen keinen kleber aber meinte so leute wer mit kleber ich bin mal gespannt was die leute sagen ob ne das passt doch gar nicht wie soll das denn gehen mit mit leute alle 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 ja bist du da fest der meinung dass die alle mit leute wollen ja nee brauchen wir nicht denn ich hab es fertig fertig oder bald leute one thousand später ja genau können sich nur noch um jahre handeln ja so da haben wir es drin das erste teil ist dran in silber wahnsinn so jetzt und jetzt wird es noch kleiner ich lege es euch mal hier dahin so ich glaube ihr seht man sieht das so nicht ne moment wo ist es da da dieses kleine teil dann müssen wir jetzt noch ein bisschen was abknipsen und dann muss das auch da dran ne das machst du bitte nicht weil sonst habe ich gleich keinen finger mehr das macht der papa selber ab darf ich mal gucken danke ok das muss ab so ok jetzt brauchen wir wieder unser universal werkzeug du gibst mir längst das jetzt mal hin und lässt das bitte liegen denn das ist ja ne kein spielzeug spielzeug damit kann man sich wehtun also bitte nicht nachmachen liebe Kinder ne auch wenn ich hier mein sohnemann dabei hab aber das will ich machen genau nicht nachmachen ok aber nicht beide Finger meine Mama sollte die Schnäge haben mal die Fingernäge heute geschnitten ja in eine Pfanne ja gut so aber wir müssen ja den Leuten nicht alles erzählen ne ja so könntest du jetzt mal bitte ruhig sitzen bleiben weil sonst kriege ich das hier nicht hin mein Engel ja oh das ist aber jetzt das ist jetzt echt Frimmelarbeit ja ähm ihr habt das kleine Teil ja gesehen ich glaub dafür brauchen wir gleich Frauenfinger ja das werden wir dann aber im Offstream machen ähm um das da rein zu kriegen ne brauchen wir doch nicht wir brauchen keine Frauenfinger ich hab's hingekriegt die Frau kann sich wieder anziehen die Regie kann gehen und du bist lieb und du bist auch lieb ich bin immer lieb hörst du jetzt auf damit bitte danke ah 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 absolute lüge aber das macht nichts ich krieg gleich wieder ein mit der pfanne über den kopf ihr kennt es ihr wisst ja nein 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 ja du bist klein genug und jetzt ist es weg komme hoch bitte das kann ja jetzt nicht klappt das ist klein und silber das müssten wir eigentlich sehen wenn du andauernd im nicht bist dann sehe ich das nicht ich liebe es sind so wenn sowas funktioniert nicht funktioniert so komm wir mal bitte an die seite an die seite mit der pappen meinen gucken kann ja kannst du heute noch ein bisschen quatsch erzählen also leute so ihr lieben ich bin sofort wieder da ihr habt gesehen es war ja dran kleine sekunde bitte so ich bin jetzt wieder da jetzt gucken wir mal eben mit der taschenlampe du gehst bitte mal an die seite weil sonst sehe ich das nicht mein hase okay gefunden indem du mal bitte ja hab schon gefunden wollte erst sagen der mama die mama mal fragst wo der zollstock ist aber ich hab ihn so kannst du mal bitte zum hier hinkommen und das so festhalten so festhalten was das da drunter leuchtet ok 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 so da haben was ich sag ja machst du das so letzte teil jetzt dran machen und dann und ruhig sitzen bleiben bitte sonst funktioniert das nicht und dann ist diese folge auch schon wieder zu ende ihr seht wir nehmen einmal alles auf ihr kriegt alles mit was hier passiert also ja ja da habe ich recht so du könntest mich jetzt mal bitte nicht so unter druck setzen ja mein engel kriegen wir das hin ja sehr gut und so Mund zu ich mach die kamera aus dann sehen die mich nur noch dann hören die dich nur noch so meine lieben da ist es jetzt haben wir alles dran also hier das kleine schwarze teil und da das silberne teil wir haben es dran gekriegt und das große rote hier oben wunderbar ja ich bedanke mich fürs zugucken lassen daumen da dass das abo da macht die glocke an und hört seht euch die nächsten folgen an die werden bestimmt lustig oder ja von daher schönen tag viel spaß morgen alles schön gute für euch und wir sehen uns dann zum adventstürchen nummer drei drei tschüss ciao tschüss 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 tschüss